Riecht das denn jetzt denn? Ich gehe besser... Hey, Kraft ist gar nicht, wie ich das anmachen soll. Ich komme nicht ran, solange die Säge... Vielleicht, wenn wir es dahinter werfen. Ich komme nicht ran... Ich komme nicht ran... Moment! Für jemanden, der in einem Bunker gelebt haben soll, interessiert sie der Himmel herzlich wenig. Es muss wohl erst das Klima verrückt spielen, bevor sie sich bewegt. Okay... Vielleicht nimmt sie ihre Aufgaben aber auch einfach zu ernst. Es führt in die Wand und hinter das Bücherregal nebenan. Aber... Es bringt mir ja sonst nichts, wenn ich es anmachen würde, ne? Das Diktiergerät ist jetzt direkt mit der Sprechanlage verbunden. Ja. Da kommt nichts. Das Band ist aber in Ordnung. Muss wohl am Lautsprecher liegen. Der Lautsprecher ist auch so, weil wir es mitbekommen haben. Nichts als Schwachsinn. Lautsprecher... Die Anlage ist bestimmt mit dem Cockpit verbunden. Was keinen Unterschied macht, denn sie ist aus. Wie mache ich die Anlage an? Muss aber einen Trick geben. Ähm... Huch... Gitter... Wenn die Mechanik genauso verrostet ist wie dieses Gitter, dann gute Nacht. Ich sehe darunter nur Stromkabel. Da muss ich nicht ran. Okay. Ich sehe darunter nur... Okay. Tür öffnen. Dass ich merke, wenn hinterher die Tür aufgeht, ist schon ganz schön krass. Kabel ansehen. Hoffen wir mal das Beste und dass der Boden kein Feuer fängt. Blo? Schrott. Ach, Kabel. Kipifax. Ähm... Teneff. Ha, das führt doch zu nichts. Ja, ich... Ich dachte jetzt einfach so... Kladderadatsch. Fließendes Wasser und offene Leitungen sind keine gute Idee. Findest du, finde ich. Müll. Das führt doch zu... Könnte so schön Strom raussaugen. Äh... Kammkreuz? Rumbug. Das doch vielleicht... Vielleicht sollte ich den Verpackungstext noch einmal durchlesen, bevor ich meine Hand aufsprengen. Oh mein Gott. Oh nein. Nicht so lange ich nicht muss. Besser nicht. Aber was höre ich denn sonst jetzt machen? Ich komme nicht ran. Soll ich nicht lieber gleich mit dem Typ? Sie würde mich doch sofort sehen. Sie würde sich sofort seeeeh... Moment... Wenn ich das da dran binde. Ha, Pukolo. Es kann nur Teil der Parabolantenne sein, sonst ist da draußen nichts. Ich werde nicht mit einem elektrischen Kabel an einem fliegenden Hubschrauber entlang kraxeln. Da kann ich mich auch gleich aus dem Fenster werfen. Es kann nur Teil der... Finde ich gut. Warum schmeißt du wieder aus? Vielleicht sieht sie es ja und da wundernst du sich, was das sein soll. Besser nicht. Na, Retai. Dieses Netzding sieht ziemlich nutzlos aus. Ich wüsste nicht, was ich damit machen soll. Ha, Tinev. Nichts als Ramsch. Ich dachte, der macht es vielleicht wieder ganz. Hoffen wir mal das Beste, um dass der Boden... Oh, mein Gott, ist das komisch. Ich lasse es besser offen, solange das Kabel hier hängt. Ich kann da unten... Ich hoffe nicht, was der mit Kabel machen soll. Benutze Kabel? Besser nicht. Schrank, Schrank. Schrank. Kabel, Entschuldigung, jetzt ist es auch ziemlich demnuch dumm eigentlich. Nonsense. Ja, hab ich schon gedacht. Quark, Salverei. Ha, Schwachsinn. Was ist daran Schwachsinn, dem Ventilator aufzubrechen? Also jetzt mal ernsthaft. Na, Retai. So ein Firmen. Schwachsinn. Keiner, was der machen möchte. Ähm, Tür schließen. Keine Experimente. Ich fühl den Sau. Keine Experimente. Hm, okay. Früher bin ich wöchentlich mit so einem Ding nachautan und noch... Okay, auch hier geht nichts mehr. Oh, dann gehen wir mal ganz kurz zur Faye. Aber wie sollten wir die Anlage ankriegen? Sind das zwei? Sind das zwei Kreis? Es verbindet die Sprech... Alles klar. Hm. Aber was müssen wir denn noch machen können hier? Hier ist nichts mehr. Schwedische Krimis. Das hatten wir schon. Ein Album mit der Aufschrift... Meine allerersten Fotos... Eine Enzyklopädie... Und ein Charakter... Das letzte wurde ausgiebig gelesen. Die Seiten lösen sich schon. Ach, guck mal hier. Oh. Die Seiten waren gar nicht lose. Sah nur so aus. Lol. Okay. Das ist nicht mein Metier. Okay. Nichts als Schwachsinn. Ich weiß. Und wie geht es dann weit? Ich hab keine Ahnung. Noch mehr Aftershave und die Seiten lösen sich komplett auf. Das ist doch leicht entzündlich, oder? Das Aftershave. Also einem Dings ging es ja nicht. Öffnen. Hat er gesagt, es ist leicht entzündlich. Das Papier würde sofort Feuer fangen. In meiner Hand. Das führt doch zu nichts. Ich weiß. Ich weiß. Es kann nur Teil der Paraboy... Ach, warte mal. Mal sehen. Müsste halten. Es würde sofort Feuer fangen. Und wir sind an der Lüftung für das ganze Sch... Oh je. Hoffentlich geht das gut. Zum Glück zieht der Qualm sofort nach draußen. Okay. Faye ist abgelenkt. Faye? Sprecherinlage einschalten. So. Und? Das Diktiergerät ist jetzt direkt... Du liegst den ganzen Tag faul in der Sonne. Und wenn man dich mal braucht, dann stotterst du nur rum. Ja, musst gar nicht so blöde gucken. Ursula von Unschuldanien. Sieht nicht mehr. Ursula? Du alte Schachtel hast hier nichts mehr zu melden. Was fällt dir ein? Du kennst mich doch kaum. Ich mache so viel. Und ich kümmere mich um alles. Und du guckst immer nur zu. Äh, was, 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 was ist? Was, 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 was machst du hier? Ich, ich habe doch gar nichts gesagt. Du bist wie ein kleines Kind. Entschuldige dich, gefälligst. Äh, 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 Entschuldigung? Wofür? Für das, was ich gesagt habe. Und was hast du gesagt? Nichts? Na, da habe ich ja was angerichtet. Puh. Ähm. Ein ausrangierter Wissenschaftler gegen Bonnie und Clyde. Na, das kann ja heiter werden. Ich verstehe vielleicht nicht viel von euch und eurer Zeit. Aber das habe ich nicht verdient. Also hör auf, von dem Thema abzulenken und sag mir, was das sollte. Faye, 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 die Tür. Was? Bent? Sieht so aus, als hätte sich das Blatt gewendet. Bent, lass mich raus. Ich zweifle nicht daran, dass sie ein nobles Ziel verfolgen. Aber der Zweck heiligt nun einmal nicht die Mittel. Es tut mir leid, Bent. Ich wollte keine Gewalt. Das war Oggis Idee. Aber leider wärst du ohne ihn jetzt nicht hier. Und es hängt viel davon ab, dass du jetzt hier bist. Ich habe genug von ihren Lügengeschichten. Bent, Milliarden werden sterben. Nur du kannst etwas daran ändern. Unfug. Ein einzelner Mensch soll für die Zukunft der ganzen Menschheit verantwortlich sein? Jeder einzelne. Und du besonders. Bitte. Lass mich dir zu Ende erzählen. Der Rest spielt auch nicht mehr in der Zukunft, sondern hier in Norwegen. Vielleicht fällt es dir da leichter, mir zu glauben. Ich würde ja gerne daran glauben, dass meine Alge eines Tages die Welt antreibt. Aber in ihre Hände werde ich sie garantiert nicht mehr geben. Sie haben mein Vertrauen verspielt. Aber was soll dann mit ihr geschehen? Ich bin die Einzige, die noch an deine Arbeit glaubt. Nicht einmal du tust es noch. Es reicht. Der Spaß hat ein Ende. Faye, pass mal auf. Ich helfe dir. Warte. Eins, zwei, drei. Wir hätten das wie erwachsene Menschen klären können. Aber sie lassen mir keine andere Wahl. Ich werde ihn niemals... Ha, ich sag's dir, der alte Zyniker, der macht's nicht mehr lang. Er hat recht. Der alte Zyniker macht's nicht mehr lang. Zeit für Plan B. Ach, Plan B bin ich. Ach so, ähm... Gute Idee. So, und jetzt lassen Sie mich bitte in Ruhe. Wie kann man nur so stur sein? Wie bitte? Wie kannst du deine Verantwortung nur so mit Füßen treten? Ha, hören Sie mal zu. Ich habe mein ganzes Leben dafür gekämpft, dass die Welt, die Sie beschreiben, niemals möglich wird. Ich war so sehr von der Zukunft besessen, dass ich sogar meine Familie dafür geopfert habe. Und dann, auf einmal, eines Tages, steht diese Frau vor meiner Tür und hält mir vor, ich würde meine Verantwortung mit Füßen treten. Das... Das wusste ich nicht. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. Herrgott. Und da ich sie hier nicht bekomme, werde ich nun die Behörden alarmieren. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Ich möchte die Behörden eigentlich nicht alarmieren. Aber... Hallo? Mayday, Mayday. Ich werde entführt. Ist da jemand? Hallo? Ich kann dich hören. Wer ist denn da? Mein Name ist Ben Svensson. Ich werde von Verrückten festgehalten. Svensson? Ja. Ich bin an Bord eines Helikopters. Keine Ahnung, was die vorhaben. Sie kamen einfach in mein Haus, haben mir irgendwelche Märchen erzählt. Und dann haben sie mich ausgenockt. Ich werde entführt, verdammt. Hören Sie! Hallo? Sind Sie noch da? Ja, ich bin noch da. Schalt den Monitor ein. Was? Was? Siehst du das, Svensson? Siehst du das? Es sind keine Lügendgeschichten. Es ist alles real. Nein. Sie ist dir gut an, Ben. Das hier ist eure Zukunft. Nein. Ihr Heuchler. Spindler. Verfluchte Bande. Ich werde euch... Ja, so habe ich auch geguckt. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich dir die Geschichte zu Ende erzähle. Oh, lass mich bitte anfangen. Nichts für ungut, aber deine Version klingt immer so trocken. Ich darf mich vorstellen? Mein Name ist Leif Orgasund. Aber meine Freundin nennt mich Augie. Ich bin freischaffender Journalist. Ich arbeitete an meiner Vor-Ort-Reportage über die Demonstration vor der Zentrale der Energieaufsichtsbehörde. Ich saß gleich dort vorne am Schnittplatz, als es passierte. Hm? Ist da jemand? Ich kann jemanden. Ah! Wir sind da. Aber wo ist der andere? Salvador fehlt. Kapitel 4 Die Konferenz. Sie hat es tatsächlich geschafft. Funker Faye hat den Phönix-Plan sabotiert. Boah, ist mir schlecht. Reiß dich zusammen. Was machen die Menschen da? Sag du es mir. Du bist doch die Spezialistin. Sieht so aus, als ob sie auch wegen der Konferenz hier sind. Sie werden nichts erreichen, wenn sie nur rumstehen und ihre Plakate schwenken. Deswegen sind wir doch erst in diese Zeit zurückgesprungen. Weil die Menschen nur geredet und nicht gehandelt haben. Das ist nicht fair, Salvador. Sie wissen nicht, was wir wissen. Dass ihnen nur noch eine Woche bleibt bis zu dem Unfall im Indiskraftwerk. Und was die Folgen sein werden. Wenn ich es nur irgendwie schaffen könnte, auf die Konferenz zu kommen. Und sie überzeugen könnte, das Kraftwerk abzuschalten. Glaubst du wirklich, dass sie dir überhaupt zuhören werden? Ich, ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Dann hoffe ich, dass du mit Druck umgehen kannst. Du weißt, was auf dem Spiel steht. Oh je. Und wieder sind wir Faye. Aber das, meine lieben Freunde, erst in der nächsten Aufnahme. Denn hier ist erst einmal eine kleine Pause. Und wir sind schon wieder in die Vergangenheit gereist. Also wir sind in der Vergangenheit, die gerade erzählt wird. Mal schauen, wann wir dann in der Gegenwart eigentlich richtig loslegen. Ich bin schon gespannt drauf. Aber alles erst in der nächsten Folge. Oder Aufnahme. Adios. Tschüss. Ja, ja, nicht so ungeduldig, Fräulein. Ja, gut.